So, hallo liebe Ameisenfreunde. Ja, heute möchte ich mal eine neue Camponotus-Art von mir vorstellen, die übrigens auch im letzten Gewinnspiel gesucht wurde. Und zwar eine Camponotus Quadri-Sectus, die jetzt nicht so bekannt ist und wird auch eher seltener angeboten. Eine mittelgroße Camponotus-Art, die in Südostasien vorkommt, Malaysia, Indonesien, Philippinen, teilweise Thailand. Ja, Größe der Queen so 15 bis 17 Millimeter, die Arbeiterin zwischen 5 und 10 Millimeter. Zu den Haltungsbedingungen, im Netzbereich 60 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit bei 25 Grad Celsius und in der Arena 50 bis 70 Prozent bei 22 bis 30 Grad Celsius. Das ist so, was ich recherchiert habe und ich muss zugeben, ich habe echt nicht viel über diese Art gefunden. Und hier seht ihr, ihr habt schon ihre erste Brut, ein paar Larven, ein paar Eier und ist eigentlich eine quicklebendige und ich finde, eine wunderschöne Färbung mit diesem Rot am Thorax und am Kopf. Also, ich bin begeistert von dieser Art, muss ich echt sagen, auch wenn es ziemlich unbekannt ist. So, liebe Ameisenfreunde, das war es wieder für heute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!